Als nächstes, ihr seid bereit da vorne, auf 3 Positionen, sind 3 Stunden geschafft im Extreme Stroke von Nico. Das ist ein schönes Helles-Blicklicht wieder. Ein Rennen, du weißt, die war jetzt 90 Sekunden. Wissen Sie dann? Ähm... Was war das? Ja! Ja, ich denke, hier auf 3 Positionen, dran zu hören. Das ist ein schönes Helles-Blicklicht wieder. Aber nicht so nicht ganz schön. Jerich.. speak up! Welche sao? hör du nicht? Mit ihr morgens, morgens Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020